Hi, willkommen zu einem neuen Part Dirk Souls Remastered. Ja, immer noch in der Stadt der Untoten. Herzen Part habe ich da unten etwas besonderen Gegner und das Wildschwein besiegt. Wer bist du denn? Und wo ist das da? Da war ich auf jeden Fall noch nicht. Und da gibt es was. Aber ich möchte hier noch nicht runterspringen. Das ist das Tor, wo ich nicht durchkam, ne? Ne, von hier bin ich gekommen. Hier muss ich jetzt runter, oder? Ich bin komplett verwirrt gerade. Ne, von hier bin ich gekommen, ne? Ja, da ist der Tote, okay. Ja, man, Orientierung hat wieder zugeschlagen. So. Hier war ich noch nicht. Wow, weg, weg, weg. Lass mich in Ruhe. Ah, scheiße, Sackgasse. Hier muss ich hin. Ich hab nur... Kommt er? Was, da war ein klarer Bettstab. So, jetzt, zack. Erledigt, sehr schön. Das ist, glaube ich, der gleiche Gegner wie aus dem letzten Part. Vor denen habe ich etwas Angst. Oder Ris... Na, nicht Angst. Sagen wir Respekt. Respekt ist das bessere Wort, würde ich sagen. Ah, die sehen nur besonders auf. Oh, da ist noch einer. Er ist da in der Ecke ein bisschen scheiße, ne? Komm da raus, du Feigling. Der Kerl macht ja die Ecke wieder zu, der Sack. So. Okay, Kameraführung war ein bisschen scheiße, aber ich hab den Potenzial gekriegt. So, wie komme ich denn jetzt zu dem Tor dahin, außer... Oh, da unten stehen schon welche. Aber hier komme ich so eine Tor, ne? Das Tor ist, glaube ich, eine Art Abkürzung. Da muss ich diesen ganzen Shit hier nicht nochmal machen. Ja, ja, genau. Da ist die Seele auch. So, bevor der mich hier bemerkt... Der bemerkt mich trotzdem. Ich hab gedacht, ich könnte... Ja, okay. Ist ein bisschen langsam. Warum lebt der da? Habe ich die davor nicht alle ungelassen? Ne, ist egal. Kellerschlüssel. Für was für einen Keller? Im Keller ist mir noch nicht aufgefallen. Naja. Oh, ich hab die falsche Taste gedrückt, ich Idiot. Helle Bade! Neue Waffe. Bringt die was? 110. Ist sie einhändig? Ja. Oh, ist die langsam. Oh, die gefällt mir gar nicht. Ne, das machen wir gleich mal weg. Ist ja kein Vergleich hierzu. Hat zwar mehr Distanz und so, aber nur ein Stoßangriff irgendwie. Also, mir gefällt die nicht. So. Wow, wow, wo kommt der auf einmal weg? Ne, 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 ne. Ich will dich backsteppen. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Zack, nimm das. So, jetzt tricksen wir. Und noch einer. Oh, da hinten ist ein Dicker. Da hinten ist ein Dicker. Und da ist noch einer, dieser Spackus. Ich geh erstmal hier rechts lang. Das Tor hab ich ja jetzt offen. Nein, das Tor hab ich nicht aufgemacht, ich Idiot. Das wär jetzt ziemlich bitter gewesen, wenn der Typ mich umgebracht hätte. Ich muss mich umgewöhnen, dass ich auf X hier alles bestätige. So, den bringen wir mal vorsichtshalber auch um, bevor der... Irgendwas... Dummes machen. Alter. Hm, der hat irgendwie überlebt. Aber auf jeden Fall muss ich den Umweg darum jetzt nicht mehr nochmal neu machen. Das ist schon mal was Gutes. Und ich meine, der Schmied ist hier in der Nähe, ne. Da muss ich, glaube ich, hier irgendwo rechts abbiegen. Und bei den Schmieden muss er auch, glaube ich, ein Bonfire sein. Oh, Bogenschütze nicht gut. Gehen wir mal aus das Visier des Bogenschützens raus. Ne, 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 nicht mich einkreisen. Ja, okay, erst langsam. Ich muss das abstellen, dass ich ständig die Scheiß-Taste drücke. Der eine Flakon da war schon ein bisschen ärgerlich eben. Habe ich eigentlich ohne Not verschwendet. Kann man hier rüberspringen irgendwie? Hier kommt man auch irgendwie rein. Aber ich gehe erst mal hier lang. Ich glaube, hier ging es zum Schmied irgendwie. Und ich glaube, da ist auch ein Bonfire. Ja, 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 ja. Das hört sich gut an, das hört sich gut an. Dann kann ich meine Waffe reparieren. Ich habe 4000 Souls. Also sollte easy peasy reichen. Da ist auch ein Bonfire. X, nicht viereck, du Honk. Die Gegner sind zwar jetzt alle da, aber ich hatte wieso keine Ressourcen mehr. Das schaue ich mir gleich mal an. Ich glaube, der Schmied ist nämlich hier unten. Ja, Mann. Ausrüstung reparieren. Mach mein Schwert heile. Das andere hält hier noch. So, Waffe verstärken. 99. Ich kann das nochmal verschärken. Ich habe zwei der Dinger, ne? Ja, 108. Ich verfüge nicht über die nötigen Schmiedematerialien. Okay, aber das ist okay. Es lohnt sich nichts. Von 60 auf 62. Kann ich mit dir noch was? Ich habe mir alle Optionen jetzt nicht vernünftig angeguckt. Gegenstände kaufen, Geste erlernen. Hurra. Warum mache ich das eigentlich? Ich benutze die Dinger nicht. Was kann man bei dir kaufen? Kleine Scherben. Verstärkt Standard Waffen plus 5. Wie teuer ist das? 800. Man kann Waffen bei ihm kaufen. Verstärkt vom Waffen an. Öffnet versiegelte Tür im Mitten des Waffen. Das kostet 20.000. So, Reparaturkiste. Da kann ich ein Leuchtfeuer reparieren. Kostet 2.000. Lohnt sich das, Leute? Warte, dann muss ich nicht ständig zu ihm hier, ne? Komm. Was ist mit Aus... Okay, das habe ich nicht. Da weiß ich noch nicht wirklich, wozu das gut ist. So, auf jeden Fall. Warte. Zack, jetzt mache ich nicht mehr Damage. Und das rüste ich mal aus. Dann können wir immer wechseln. Ne? Zack, zack. Ich will doch mal das. Bei der Waffe stört mich halt etwas, dass sie nicht so viel aushält. Aber okay. Reicht das noch, um aufzusteigen? Nein. Was heißt eigentlich Aushöhlung umkehren? Irgendwie konnte man doch auf 10 menschliche Gestalt erhalten. Keine Menschlichkeit. Du bist keine Hülle. Nein, jetzt bin ich ein Mensch. Was habe ich davon? Ich habe ja keine Ahnung, Leute. Ich habe immer noch 5 Flakons, ne? Ich habe, glaube ich, das Falsche benutzt. So, was gibt es hier? Hier ist ein Tor zu. Und ich komme da auch nicht rein. Wer bist du? Du scheinst sehr gesprächig zu sein. Hm, entschuldige mich. Ich bin Siegmeyer von Katarina. Ganz ehrlich gesagt. Ich habe flach gegen eine Wolle, oder eine Gare, würde ich sagen. Die Sache wird einfach nicht schlafen. Keine Ahnung, wie lange ich warte. Und oh, habe ich wartet. Also, hier sitze ich, in ziemlich einem Pickel, die meine Optionen, so zu sagen. Okay. Kann ich nochmal mit Ihnen? Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Tor öffnet sich, sobald man die beiden Glocken gelautet hat. Okay. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Von da hinten, ne? Ist hier eigentlich noch irgendwas? Ne, ne? Ich überlege mir einfach gerade, 600 Zolls zu holen, um mein Schild zu upgraden. Und das macht, glaube ich, nicht gerade so viel, gar nicht so viel auf. So, jetzt bin ich mal auf den Schaden. Gespannt. Ja, nur noch zwei Hits. Probieren wir mal aus. Feuer brauchte ich vier. Alter, das ist ein massiver Unterschied. Zwei Hits und weg. Ich habe vorher vier gebraucht. So, was gibt's hier? Das ist... Oh, fuck. Ich nehme, glaube ich, lieber den Vordereingang, weil da vorne noch... Kommt der raus? Ach, du Scheiße. Hehe, du bist ein Braver, oder? Kann ich ihn backstabben? Sieht nicht so aus. Ah, der ist schön hohl, ne? Immer um ihn herum? Na, scheiße. Oh! Ich wollte gerade sagen, der sieht nur gefährlich aus, aber ist es nicht, aber... Da hat er mich Lügen gestraft. Okay. Ich bewege mich irgendwie langsam, kann das sein? Nein, kommt nicht die Treppe raus. Ah, scheiße! Oh, scheiße, scheiße, scheiße! Ich muss an dem vorbei. Irgendwie. Ja. So, okay. Der Anfang war doch nicht schlecht. So. Komm, komm, komm. Ja, geht doch. Besonderer Gegner, hoffentlich. Kleine Scherbe. Ah, zum Aufwerten, nice. Ha! Ich kann auch gar nicht zum Vordereingang, ohne die anderen Platz zu machen. Okay. Weil jetzt tausend Seelen gegeben, ne? Der muss besonders sein. So. Ich hoffe mal, die bemerken mich nicht. What the fuck? Alter, das sind drei Stück! Raus! 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 Backstab! Ich hab nicht getroffen! Alter, drei Stück! Das schaff ich nie! Ja. Scheiße! Drei Stück sind nicht so geil. Aber die kann ich ignorieren, wenn der Dicke da weg ist. Aber ich muss meine Seelen wiederbekommen. Und warum bewege ich mich eigentlich so langsam? Ich hab das aufs Gewicht doch... 30! Ich nehm mal das Schild weg. Bewege ich mich dann schneller? Ja, auf jeden Fall. Wie viel wiege ich? Immer noch 30. Hä? 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 Wenn ich das Schild habe, bewege ich mich auf jeden Fall... Wartet mal, Leute. Ich hab, glaube ich, das falsche Schild ausgerüstet. Ne? Das wiegt mir ein bisschen zu viel. Das wiegt sechs Kilo. Ich hatte doch eins, das genauso... fast genauso gut ist. Da, 60. Zwei Kilo. So. Hallo? Hab ich das nicht ausgewählt? So. So, jetzt fühle ich mich agiler. Wie viel habe ich? 26. Kann es sein, wenn ich über die Hälfte drüber bin, dass ich mich etwas träger bewege, Leute? Komm, hau zu. So. Wie komme ich jetzt am besten an meine Seelen wieder dran? Ich glaube, ich mache das hier. Ich gehe hier zurück. Dann kann ich mir auch die Typen da auch einzeln vorknöpfen. Bitte dreh dich nicht um. Bitte dreh dich nicht um. Zack. Was? Warum? Ich habe geblockt. Ja, komm. Dann bist du gleich mit dran. Hallo? Hallo? Bist du doof? So. So. So, irgendwo müssen meine Seelen hier liegen. Gebt mal her. So. Und das sind drei Assis. So. Ja, wenn einer alleine kommt, ist das nicht schlimm. So, zack. Also das Waffenaufwildern hat sich ja allein schon dafür gelohnt, dass man die jetzt mit einem Backstab killen kann, ohne dass die Energie behalten soll. Komm. Das sind zwei Stück noch. Ich weiß, dass ihr zu dritt seid. Okay, einer hat mich bemerkt. Komm raus. Ja, warum seid ihr eben nicht so dämlich? Da habt ihr euch stark gefühlt, weil ihr zu dritt war. WTF? Der andere ist auch schon draußen. Ich habe das gar nicht mitbekommen. So. Trink mal deinen Fang, was immer das war. Kann sterben. WTF? Das ist auch vier? Moment. Eine Leiche, zwei Leichen. Hä? Ist er eben per Backstab nicht gestorben, oder was? Aber der dicke Ritter ist weg. zack. Zack. So. Und irgendwas Blaues hat eben auf mich geschossen. Weg hier. Was ist das? Das kam von da oben. Bevor ich mir das Item da schnappen kann, muss ich hoch. Komm runter. Hier bin ich hier, glaube ich, wegen der Wand in Sicherheit. Wie er das Schwert hat. Ich finde das so geil. So. Was? Warum konnte ich den nicht backstappen? Ich stand eindeutig hinter ihm. Schon wieder nicht. So. Jetzt hat es auch funktioniert. Warum die beiden waren da vorne nicht? So. Was ist hier oben? Da ist irgendein Stabfritze. What the fuck? Gemeine Falle. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. So. Hier bin ich sicher. Sauf was. Die kommen ja bestimmt alle runter, ne? Ja. Da ist der Erste. Der hat eine Aura. Ich hoffe, der komische Typ da oben kann die nicht... Alter, wie viele sind das? Oh. Ich muss saufen. Ansonsten sterbe ich. Oh. Das sind ja immer mehr. Ah, die kommen da irgendwie nicht doof, weil sie durch sind. Äh, doof sind, meine ich. Okay, nur noch der dicke Zauberer. Ich hoffe, der kann noch keine weiteren herstellen. Äh, tschüss. Nein, du Arschloch. Okay. Es ist, glaube ich, aber auch ein besonderer Gegner. Das heißt, wenn er einmal tot ist, dann seh ich den nicht wieder. Ja, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.